An dieser Stelle wollen wir uns mal informieren, wen wir hier so vor uns haben. Wer von euch ist direkt aus Berlin? Und wer hat heute noch einen weiten Weg, so wie wir? Wobei das ja relativ ist. Immer wenn wir in Berlin sind, stehen wir fest, wir verfahren nochmal genauso wie Zeit in Berlin, wie auf dem Weg nach Berlin, egal aus welcher Stadt wir gekommen sind. Es ist unglaublich. Eine riesige Stadt und ein so schönes Gelände. Unglaublich. Habt ihr euch alles angeguckt heute? Hat es euch gefallen? Ja! Wir haben uns das hier schon im Mai angeschaut und an dem Tag hat es allerdings geregnet. War jemand hier im Mai, als wir hier waren? Ja, wir waren dabei. Es war sehr, sehr, also feucht, fröhlich. Und heute haben wir Glück, nachdem es seit den letzten Tagen sehr durchwachsen war. Heute herrliches Wetter. Und für alle diejenigen, die im Mai nicht dabei waren, beziehungsweise wer uns heute vielleicht auch zum ersten Mal sieht, wer sieht uns zum ersten Mal heute? Kurzes Anzeichen. Erstaunlich. Das ist die Masse. Wollen wir euch einen kleinen musikalischen Gruß überwerfen? Der ausnahmsweise bei nichts mit Rock'n'Roll zu tun hat. Ein Song, der wie für diesen Abend komponiert scheint. Musik von Setschmoor, Louis Armstrong. What a wonderful girl.